Manchab links, das ist angenehm, angenehm, ja, aber er ist auch schnell, ja, er ist schnell. Der Metalon, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Forza Ryzen 5 auf dem PC, 4G106 und, ja, es geht weiter. Soll irgendwo ein Schild sein, das wollen wir mal holen. Ach, jetzt sag nicht, ich muss, das ist belastend, Alter. Kannst du mir erzählen, dass man dieses Ding hier nicht kaputt fahren kann? Alter, ey. Bei nächster Gelegenheit, enden. 3 von 30, hier haben wir wieder einen Haufen zu tun. Egal, wir fahren weiter erstmal, rennen und so. Ja, wenn ich hier schon mal bin, dann muss ich sie natürlich einsammeln, ne? Kein Bock, dass man dann später irgendwie, ne? Ich glaube, die spawnen immer wieder nah, oder? Da ist auch irgendwo eine Aufgabe, du musst da irgendwie 35 Sekunden treffen oder so. Okay, da ist ein Blitzer. Ja, klar, Alter, klar. Du willst. Das sind knapp 300 kmh ohne Anlauf. Ja, ist klar, ne? Mit dem Auto sicherlich nicht, ne. Ne. Ja, die Karre macht ja auch nicht mal, äh, die ist ja Top-Suite-mäßig, sag ich jetzt auch mal, nicht ganz so stark. Würde ich gerne mal von hier noch mal probieren, so. Aber die Karre macht 300 jetzt auch nicht direkt mal eben so. Und hier ist auch keine Chance. Ne, leider nicht das richtige Auto dafür. Ja. 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 Das war's für heute. So, welche Karre nehmen wir denn jetzt? Du hast dein Ziel erreicht. Nur Asphalt, zumeist flach. Einige enge Kurven beim Steinbruch und einige Haarnadelkurven am Ende werden dich ausbremsen. Oh, ich habe es schon gesehen, du. Komm, lass den nehmen und ab geht's. Der AMR, was Martin Wulkan. Der immer mit seinem Bugatti, Alter, was ist denn das? Wie kann es sein, dass ich mit diesem Auto gegen den Bugatti fahre? 3, 2, 1, los! Mittelschaff links. Leicht links. Oh, Alter. Nee, die Karre ist es nicht, ey. Leicht rechts, verfolgt von Bodenwellen. Ist der so... Leicht rechts, in Mittelschaff links. Leicht links. Warum ist der so unglaublich beschissen zu fahren, obwohl er so einen riesigen Heckflügel hat? Der müsste kleben. Stattdessen fährt er beschießen. Wow, okay. Na, wir probieren es mal nochmal, aber ich glaube, mit dem werden wir das nicht machen. 3, 2, 1, los! Mittelschaff links. Leicht links. Leicht rechts. Dann Bodenwellen. Schwierig. Leicht rechts. Dann mittelschaff links. Leicht links. Halt rechts. Leicht links. Leicht rechts. Eine Sekunde hinten dran, nee. Dann hart rechts. Kein Vertrauen ins Auto. Leicht rechts. Das sieht halt mega geil aus, aber... Untersteuern, keine Traktion, keine... Kein Downforce. In leicht rechts. Weiß ich jetzt nicht, was mit dem nicht stimmt. Hart links. Mittelschaff rechts. Aber gerade sind wir wieder vorne, also... Mittelschaff rechts. Mittelschaff links. Alter, aber... Muss kämpfen mit dem Ding. Scharf rechts. Scharf links. Geradeaus. Hart rechts. Komm schon. Leicht rechts. Hart links. Komm. Mittelschaff links. Alter, kannst du mal aufhören, den Sand vor mir aufzurübbeln? Du beschissener Helikopter. Boah, Alter, was ist denn jetzt hier? Mittelschaff links. Mittelschaff rechts. In Hammadel links. Ja, ist klar, Alter. Drei Sekunden auf den ersten, sonst bin ich zweiter. Was ist denn jetzt wieder für eine KI-Ausgenotenheit hier? Nee. Nee, mit dem Auto würde das hier nicht... Der fährt sich ja miserabel schlecht. Also ist er unglaublich. Vielleicht. Kann. In Sprung vielleicht. Hart links. Handadel rechts. Vielleicht rechts. Hart links. Endspurt. Das schaffen wir. Drei, also das DKI ist ja sehr moderat eingestellt, sag ich mal. Was ist denn das? Der hat eine 2.5 und der nächstschlellere fährt eine 2.12, ja. So ein Bullshit. Eigentlich will ich den nicht nochmal fahren. Drei Sekunden sehe ich mit dem nicht aufzuholen. Ich will es trotzdem probieren. Wir waren ja zwischendurch vorne. Aber das sehe ich sehr schwierig. Vier, drei, zwei, eins, los! Mittelscharf links. Leicht links. Leicht rechts. Auf Bodenwellen. Leicht rechts. In Mittelscharf links. Leicht links. Hart rechts. Leicht links. Leicht rechts. Ja, noch langsamer das letzte Mal. Hart links. Gefolgt von hart rechts. Hart rechts. Leicht rechts. Mittelscharf links. In leicht rechts. Hart links. Hart links. Mittelscharf rechts. Mittelscharf rechts. Mittelscharf links. Mittelscharf rechts. Hart links. Geradeaus. Hart rechts. Alter, du kriegst den Wagen nicht auf die Straße, Mann. Warum ist denn hier auch überall Sand? Stehe ich auch gar nicht, ey. Das nervt der Übel. Gleich rechts. Geradeaus. Hart rechts. Gleich rechts. Was ist das, Alter? Ja, weißt du, Alter? Gebt mir doch, Alter. Hallo. Hart links. Komm. Mittelscharf links. Hart links. Dann hart rechts. Komm. 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 Geradeaus. Komm. Gefolgt von leicht rechts. Mittelscharf links. Mittelscharf rechts. Gefolgt von hartnadel links. Komm. In Sprung vielleicht. hartnadel rechts. Vielleicht rechts. Alter, ist der Abschnitt schlecht. Hartnadel links. Ziell ihn hier voraus. Hey, weh, ich hab's jetzt wieder weggeschmissen in den letzten Punkt hier. Was? Dritter? Ja, klar. Letztes Mal war der Dritte bei 2,12. Ja, jetzt haben sie auch gedreht auf einmal. Ne, der Wagen ist ja für die Tonne, Alter. Für die Tonne. Fuck you, Alter. Gib mir ne bessere Karre, ey. Ohne Scheiß, Mann. Was können wir noch nehmen? Ne, den nicht. Den auch nicht. Den könnten wir auspacken. Aber der ist ein 998er. Das ist, glaube ich, nicht ganz so witzig. Den auch nicht. Der ist x999. Auch nicht so geil irgendwie. Was ist denn mit dem hier? Ah, der ist auch nicht schlecht. Boah, der Jesko, klar. Der erzählt, ja. Ah, ne. Hab ich denn nix? Ja, der ist schön, aber. Bowser Edition. Osla. Oh, ganz ehrlich. Weiß gar nicht, sind wir nicht mal gefahren? Ne, ne? Geil sieht er aus. Jetzt muss er nur noch geil fahren, ne? Jetzt muss er nur noch geil fahren. Jetzt wüsst du, wo das beschissene Rennen war. Da. Ja. Ab geht's. Muss halt was werden hier. Wir hatten es ja schon, dann werfen wir es im letzten Abschnitt weg. Nervt. Unglaublich hart. Zumindest schon mal kein Bugatti als Gegner. Ist ja schon mal nicht schlecht, aber er muss sich auch entsprechend fahren, sonst ist es halt... 4, 3, 3, 2, 1, los! Mittelscharf links. Leicht links. Leicht rechts. Auf Bodenwellen. Manchstab links ist ja eigentlich ganz angenehm. Leicht links. Leicht links. Leicht links. Angenehm, ja. Leicht links. Aber er ist auch schnell. Leicht rechts. Joa. Er ist schnell. Dann hab rechts. Hab rechts. Leicht rechts. Mittelscharf links. Dann leicht rechts. Ganz anders, wie Tag und Nacht. Wenn du den Stick reindrückst, in eine Richtung, dann lenkt er da auch hin. Tatsache, Mensch. Mittelscharf rechts. Mittelscharf rechts. Mittelscharf links. Mittelscharf rechts. Scharf links. Geradeaus. Hab rechts. Mittelscharf rechts. Vielleicht rechts. Vielleicht rechts. Habe links. Mittelscharf links. Hab links. Dann hab rechts. Geradeaus. Komm. Dann leicht rechts. Mittelscharf links. Mittelscharf rechts. Dann Harnaddle links. Komm. In Sprung vielleicht. Hart links. Harnaddle rechts. Vielleicht rechts. Hart links. Die Linie. Das müssen jetzt aber alle mal gerecht haben. Yes. So macht man das. Einfach nur die richtige Fahrzeuge hier. Oh, es kommen neue Blitzer hier. Ich habe ein neues Rennen gearbeitet. Oh ja. Diesmal ist es schwieriger, aber du solltest damit kein Problem haben, oder? Äh. So. Wir machen erstmal... Oh, ich kann ja nicht... Ah. Mist. So, komm. Komm, 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 komm. Mach ein bisschen schneller, Game. Danke. Wir machen den Blitzer. Aber nicht mit dem. Der ist auch zu lahm. So, jetzt gehen wir auf den... Ich bin ja mal wieder am Fahren kurz. Der Arm, G1. Muss sein. Bei nächster Gelegenheit enden. Was haben wir da? Anzug. Öl. Da sollten aber mal die 300 Kind Dinge sein, ne? Blödsinn. Alter, wir sind ja auf der Bremse. Das ist ja unglaublich. Ist ja unglaublich. So, wir haben hier eine Blitzerzone im Gelände. Das ist natürlich wieder Müll. Das ist eine Driftzone im Gelände. Ja, okay. Das flauen wir die Drifter dafür. Das ist schon in Ordnung so. Oh, Blitzer im Gelände. Nein. Oh, ist das aber kloppt, ne? Probieren wir mal. Aber das wird mit dem eher schwierig, glaube ich. Ja, klar. Auf der Untergrund, ne? 190. Den noch jetzt treffen. Und die Strecke muss ich mal fahren. Wir haben ja ein paar Whitspins hier, Mensch. Da lass mal ein bisschen was drehen. Oh, 15 mit K. M3-97. Oh, schön. Oh, nen Enzo. Schön. Weiß gar nicht. Hatten wir den schon? Ah, schön. Schöner Wagen. Wollen wir mal fahren da. Und nochmal an das an Silvia Klubkeis. Schreit. Bei nächster Gelegenheit wenden. Route wird neu berechnet. In 400 Metern links abbiegen. So, da kommen wieder neue Sachen, oder was? Hat sich ne Blitz verzogen? Hatte, bis du siehst, was ich für dich gefunden habe. Wir werden die schnellsten Zeiten in Sierra Nueva seit Papa Fernando fahren. Ja. Wie bin ich denn? Na ja, du, das ist schon schön. Dann fahren wir da noch hin, würde ich sagen. Das war's. In 400 Metern, links abbiegen. Links abbiegen. Nicht ganz auf der Strecke geblieben. Du hast dein Ziel erreicht. Das war wieder am Ende der Folge angekommen. Nächste Folge fahren wir dann das Rennen. Und ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, war's gut. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.